Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal hier ist wieder euer Stürmi und heute habe ich für euch ein Multipack der Euro 2024 Sticker Kollektion von Tops und was wir da drin ziehen werden wir nach dem Intro sehen So ja ich habe hier nochmal ein Multipack am Start ich habe ja schon mal eins geöffnet auf Stürmi und OP so wir schauen mal also so ein Multipack kostet 6,99€ mit 47 Stickern so schauen wir mal der Müll zur Seite wir holen mal die ganzen Päckchen hier raus ist nichts mehr drin so und ich hole euch mal jetzt näher ran so jetzt seid ihr auch wieder näher am Geschehen so wir haben hier ein 6er Päckchen nochmal ein 6er Päckchen nochmal 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 und ein 5er und wir haben hier auf jeden Fall mal Spanien und wer ist es wir haben hier Rotary als Signature na hallo als Signature wow nice der kommt mal hier oben in die Ecke und wir öffnen ne erstmal die 6er hier so erstes Stickertütchen in diesem Video wir haben als erstes sind sie dann als Legend als normalen Glitzer Sticker wir haben hier Kroatien dann haben wir München Stadion Tschechien Serbien und Frankreich mit Griezmann Jawollski so zweites Stickertütchen wir haben hier von Schottland Gilmour oder wie der ausgesprochen wird na hallo dann haben wir hier Italien Gruppe A Portugal die Slowakei Dänemark und das war es mit dem zweiten Päckchen oder Tütchen nächstes wir haben hier von Kroatien Kovacic hallo Kamera Dankeschön dann haben wir hier nochmal Kroatien mit Perisic die Kamera die spinnt heute die Schweiz dann haben wir hier Griechenland dann haben wir hier Rumänien Frankreich und das war es schon mit dem dritten Stickertütchen weiter geht's vielleicht ziehen wir noch ein Purple mal schauen wir haben hier wieder ein Kroate Kroatien Hallo Kamera 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 spinnt aber kein Signature wir haben hier Italien die Schweiz England Belgien und die Niederlande mit Hartmann und die Niederlande mit Hartmann Rotman der harte Mann noch zwei Stickertütchen von den Sechser Päckchen wir haben Leonardo Bonucci von Italien Kamera will schon wieder nicht hallo jawohl Dankeschön dann haben wir Albanien wir haben hier Schlattern Ibrahimovic dann die Türkei mit Synty wir haben hier Iceland und wir haben hier nochmal Österreich mit Wimmer Hallo Dankeschön und das letzte Stickertütchen mit sechs Stickern kommt schon oh wollte nicht raus wir haben das Ungarn jawohl Ungarn Callum Styles oder wieder ausgesprochen Style dann haben wir Kroatien mit Juranovic Bosnien Herzegowina Tschechien Serb Hallo Serbien Dänemark mit Ruiberg ich hoffe man hat alle jetzt klar gesehen nicht tut es mir leid ich habe jetzt gar nicht aufgepasst wir haben wir haben noch ein Signature hier wow wir haben hier von der Türkei Signature Unde wow dann haben wir hier von den Niederlanden Franki die Jung dann haben wir hier von Italien Immobile dann haben wir hier Bosnien Herzegowina dann haben wir Slowakei und als letztes haben wir hier AK von den Niederländern ja das war das Multi Pack ich hoffe euch hat es gefallen gebt einen Daumen nach oben wenn es euch gefallen hat und falls ihr noch kein Abonnent seid lasst kostenlos ein Abo da und haut rein bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal Vielen Dank.